Im Mai findet die Hochzeit des Jahres statt. Prinz Harry und Meghan Markle werden heiraten. Doch bevor es soweit ist, wird die Adelswelt von Skandalen erschüttert. Zuerst gab es einen Wirbel um Harry und ein mögliches Kind, das er bei einem One-Night-Stand gezeugt haben soll. Die Mutter, so die britischen Berichte, habe sogar versucht, den Prinzen zu erpressen. Meghan soll geduldig alle Infos abgewartet haben und bislang sei es zu keiner Krise zwischen dem Paar gekommen. Doch nun tauchen pikante Bilder von der Schauspielerin im Netz auf, die die Mitglieder des englischen Königshauses Not Amused stimmen könnten. Darauf ist sie nackt zu sehen, zumindest oben ohne. Auf der windigen Pornoseite Celeb Jihad kann man sich die Bilder ansehen. Auf den Previews sind ihre Brustwarzen verdeckt. Dazu gibt es auch noch einige Fotomontagen in aufreizenden Posen von Meghan. Unzensiert soll man die Bilder gegen eine Gebühr ansehen können. Es ist zu erwarten, dass die Fotos bald aus dem Netz verschwinden, da das Königshaus rigoros gegen solche Darstellungen vorgeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017